In diesem Video zeige ich dir, wie du schnell, einfach und günstig einen Vorrat für 30 Tage aufbauen kannst. Dieses Video hier soll einen Anfänger, welcher vielleicht nicht weiss, wie er beginnen soll und mit dem Anfang seiner Krisenvorsorge überfordert ist, an die Hand nehmen. Vielleicht trifft das ja genau auf dich zu. Dann bleib an diesem Video dran. Ich verspreche dir, es wird dir helfen, endlich mit deiner Krisenvorsorge starten zu können. Moin Moin und herzlich Willkommen zu diesem neuen Video «Schön hast du» wieder eingeschaltet. Wie immer an dieser Stelle erstmal ein riesen Dankeschön an meinen Kanalmitglied. Vielen Dank für deine finanzielle Unterstützung. Es gibt auf YouTube viele, viele Videos zu diesem Thema. Die meisten beziehen sich aber auf die BBK-Liste. Diese Liste verlinke ich dir übrigens unten in der Videobeschreibung. Diese Liste ist auch eine gute Orientierung, aber meiner Meinung nach leider nicht ganz optimal. Zum einen isst sie für nur 10 Tage. Des Weiteren enthält sie viele Lebensmittel, welche viele Menschen da draussen in einer Krise nicht zubereiten könnten oder nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Wasser ist definitiv zu wenig und teilweise finde ich die Liste auch nicht ganz up-to-date. Zugegeben, es ist schwer, eine solche Liste zu erstellen, da jeder Mensch andere Vorlieben oder eventuell auch Allergien hat und deswegen nicht alles davon verwenden kann oder will. Meine Empfehlungen sind auch nicht allumfassend und sie beinhalten nur das wirklich Notwendigste. Es ist einfach unmöglich, auf alle Eventualitäten und Szenarien eingehen zu können. Aber mit meinen Empfehlungen hast du das Allerwichtigste. Alles ist schnell und kostengünstig umzusetzen. An den Feinheiten kannst du später noch immer arbeiten. Alles von mir genannte kriegst du, indem du in ein Lebensmittelgeschäft gehst und in meine Videobeschreibung schaust, aber darauf komme ich später nochmals zurück. Hier ist nun mein Versuch, dir die Krisenvorsorge näher zu bringen und dir eine einfach umsetzbare Strategie aufzuzeigen. Wenn mir das gelungen ist, zeige es mir bitte mit einem Daumen hoch für das Video und abonniere meinen Kanal, falls du in Zukunft keine Videos mehr verpassen möchtest. Vielen Dank dafür! Aktuell arbeiten wir gerade an einer Vorsorgeliste. Aber wer ist wir? Ganz einfach, wir sind meine Community und ich. Auf meinem Discord tauschen wir uns aktuell viel darüber aus und überlegen uns, wie wir auch die Anfänger überzeugen können, mit der Krisenvorsorge zu starten und wie wir das für sie möglichst einfach gestalten könnten. Ausserdem kriegst du im Chat immer Hilfe von vielen erfahrenen Preppern. In den regelmässig stattfindenden Prepper Talks kannst du dich auch persönlich mit mir und mit vielen anderen Preppern unterhalten. Des Weiteren kannst du dort das Skript zu diesem und vielen weiteren Videos von mir unterladen. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Warum ist Krisenvorsorge so wichtig? Stelle dir folgende Szenarien vor. Ein plötzlicher Stromausfall, der länger anhält. Heftige Unwetter, die die Versorgung lahmlegen. Ein Krieg, welcher die Wirtschaft zum Erliegen bringt. Oder eine Pandemie, die uns zwingt, zu Hause zu bleiben. In solchen Situationen ist es beruhigend zu wissen, dass du vorbereitet bist. Mit einem gut geplanten Vorrat kannst du dich und deine Familie sicher durch jede Krise bringen. Viele denken, dass es teuer und kompliziert ist, einen Notvorrat anzulegen. Aber das muss es nicht sein. In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du das mit einfachen Mitteln und ohne grossen Aufwand hinbekommst. Du wirst sehen, dass du mit ein wenig Planung und den richtigen Tipps einen umfassenden Vorrat anlegen kannst, der dich für 30 Tage absichert. Also, lass uns loslegen und Schritt für Schritt durchgehen, was du brauchst. Der wichtigste Punkt zuerst, das ist Wasser. Jeder Mensch braucht mindestens zwei Liter Trinkwasser pro Tag. Ohne Trinken überlebst du nur etwa drei Tage lang. Kinder sogar nur einen Tag. Das heisst, für 30 Tage brauchst du mindestens 60 Liter Wasser pro Person. Wie gesagt, das ist das absolute Minimum. Du brauchst ja schon mindestens 1,5 Liter pro Tag zum Trinken, um überhaupt überlebensfähig zu bleiben. Dann hast du bereits nur noch einen halben Liter zum Kochen, Abwaschen und für deine Körperpflege übrig. Das reicht nicht. Du solltest zwei bis drei Liter pro Tag nur zum Trinken einrechnen. Denn im Sommer reichen dir vielleicht 1,5 Liter nicht. Dazu brauchst du noch etwa 1 Liter zum Kochen. Für deine Körperpflege brauchst du allerdings nicht unbedingt Trinkwasser. Da reicht oftmals auch Brauchwasser. Zum Beispiel Regenwasser oder Wasser aus einem Bach oder Fluss. Achte aber darauf, unsicheres Wasser nicht zum Zähneputzen zu verwenden. Und auch mit offenen Wunden musst du da vorsichtig sein. Ich denke, du brauchst also nochmals etwa 2 Liter Brauchwasser am Tag. Somit sind wir nun bereits bei 90 bis 120 Liter Trinkwasser für 30 Tage. Dazu kommen im Optimalfall noch 60 Liter Brauchwasser. Das ist eine ganze Menge, die viel Platz beansprucht. Aber es gibt auch dafür Lösungen. Am einfachsten beschaffst du dir Wasser zum Trinken und Kochen in Wasserflaschen aus dem Supermarkt. Achte darauf, dass sie gut verschlossen und kühl gelagert werden. Alternativ kannst du auch Wasserkanister verwenden, die du dann selbst befüllst. Das ist meistens günstiger und nimmt weniger Platz in Anspruch. Brauchwasser und teils auch Trinkwasser kannst du auch bei Beginn einer Krise ganz einfach in Faltkanister abfüllen. Ich werde dir deshalb unten in der Videobeschreibung solche verlinken. Allgemein werde ich dir einige Dinge verlinken, welche ich für sinnvoll halte und auch vieles, was ich in diesem Video erwähnen werde. Schau also gerne mal in die Videobeschreibung. Ich empfehle dir aber trotzdem, einiges an Wasser einzulagern, falls das Abfüllen in eine Krise aus diversen Gründen nicht mehr möglich sein sollte. Aber das musst du für dich selbst entscheiden. Wenn du in der Nähe einen Brunnen, eine Quelle, einen Bach, einen See oder ähnliches hast, wäre auch das eine eventuelle Wasserquelle für dich in einer Krise. Verlasse dich aber, wenn es geht, nicht nur auf diese eine Option. Du weisst nicht, was eine Krise mit sich bringen wird und ob diese Wasserquelle dann noch sicher und auch zugänglich wäre. Vergiss nicht, Wasserreinigungstabletten und oder Filter zu besorgen, falls das Wasser knapp werden sollte. Wasserflaschen und Kanister kannst du an vielen Orten in deinem Haus oder deine Wohnung unterbringen oder stapeln. Hinter der Türe, hinter dem Sofa, unter dem Bett. Sei kreativ. Kommen wir zu den Lebensmitteln. Hier sind einige Tipps, wie du deinen Vorrat günstig und einfach zusammenstellen kannst. Setze auf haltbare Lebensmitteln, wie Nudeln, Reis, Konserven, Haferflocken und Trockenfrüchte. Diese sind lang haltbar und vielseitig einsetzbar. Achte aber auch darauf, Lebensmittel zu kaufen, welche du auch im Alltag verzehrst. Somit kannst du deinen Vorrat rotieren lassen und alles bleibt frisch. Für eine Person rechnet man etwa mit 2000 Kalorien pro Tag. Das ist aber nur ein Durchschnitt und abhängig von Alter, Geschlecht, Körperbau und Aktivität. Plane also entsprechend für deinen Kalorienbedarf. Ich rechne einfach mal mit diesen 2000 Kalorien pro Person und Tag. Das wären dann für 30 Tage 60'000 Kalorien. Hier ein Beispiel für einen 30-Tage-Vorrat. 10 kg Nudeln und Reis – das sind schon mal 35'000 Kalorien, also schon mehr als die Hälfte. 30 Konserven wie Bohnen, Gemüse, Fisch, Fleisch und Saucen sind weitere 7'500 Kalorien und mit denen kannst du deine Nudeln und dein Reis aufpeppen. 2 kg Haferflocken ergeben 6'800 Kalorien und du kannst diese z.B. mit Wasser zu einem Porridge als Frühstück zubereiten. 2 kg Nüsse sind 12'000 Kalorien und ein leckerer Snack. Alleine das sind jetzt über 60'000 Kalorien und werden dein Überleben für mindestens einen Monat sicherstellen. Natürlich war das jetzt nur ein Beispiel und du kannst das nach deinen Vorlieben abändern und ergänzen. Logisch ist auch, dass du deine Unverträglichkeiten berücksichtigst und auf Alternativen ausweichst, wenn du eins dieser Lebensmittel nicht essen kannst. Sinn machen sicherlich auch noch Gewürze und Salz. Ohne schmeckt's sonst ziemlich fade. Alles Weitere ist dann bereits Luxus und dient nur dazu, dich in einer Krise auch mental bei Laune zu halten, was aber auch nicht unwichtig ist. Darum kannst du dich aber später kümmern. Essen und Trinken hast du nun bereits erledigt. Was bleibt, sind noch deine Ausrüstungsgegenstände. Hier einige grundlegende Dinge, die du haben solltest. Ganz, ganz wichtig ist deine Kochmöglichkeit. Ich nenne hier einfach mal einen Gaskocher mit Gaskartuschen. Kartuschen rechne ich mit 15 Stück. Damit bist du safe. Ausserdem brauchst du eine Taschenlampe und Batterien. Sorge hier vielleicht auch für etwas Redundanz, falls eine ausfallen sollte. Kerzen und Streichhölzer sollten auch immer da sein. 100 Teelichter und einige Streichhölzer oder Feuerzeuge kosten nicht viel. Sorge aber auch dafür, dass du einen Brand löschen könntest. Ein Erste-Hilfe-Set ist ein Muss, nicht nur für deinen Krisenvorrat. Mit einem batteriebetriebenen Radio bleibst du auch in einer Krise immer informiert. Hygieneartikel wie Seife, Toilettenpapier und Desinfektionsmittel sollten ebenfalls nicht fehlen. Mach dir auch Gedanken über deine Heizmöglichkeit, warme Kleidung und Decken. Denke auch an spezielle Bedürfnisse wie Medikamente oder Babynahrung, wenn du diese benötigen solltest. Viel mehr brauchst du gar nicht, denn das meiste befindet sich schon in deinem Besitz. Du brauchst kein teures Messer, du hast welche in deiner Küche, das reicht erstmal. Campinggeschirr? Wozu? Du hast Pfannen, Töpfe, Teller und Besteck? Das funktioniert auch in einer Krise. Lass dich da nicht zu allerlei teuren Anschaffungen verleiten. Erstmal ist Wasser und Lebensmittel wichtig. Cooles Gear kannst du später dann immer noch kaufen, wenn du das willst. Wenn du noch gar nichts hast und ich das alles schnell grob zusammenrechne, stelle ich fest, dass du etwa 300 Euro dafür einberechnen musst. Das ist erstmal viel Geld, ja. Aber was hat dein aktuelles Handy gekostet? Wie viel gibst du für dein Auto aus? Wie teuer war dein letzter Urlaub? Oder was bezahlst du, wenn du mal essen gehst? Und die wichtigste Frage zum Schluss, wie viel ist dir dein Leben und das Leben deiner Liebsten wert? Denk mal darüber nach. Zusammengefasst, ein Vorrat für 30 Tage muss nicht teuer oder kompliziert sein. Mit etwas Planung und den richtigen Einkäufen bist du gut vorbereitet. Schreib dir eine Liste, geh einkaufen und beginne heute noch, deinen Vorrat anzulegen. Vielen Dank, dass du dir dieses Video angesehen hast. Ich hoffe, du konntest einiges daraus mitnehmen und dich dazu motivieren, mit deiner Vorsorge zu beginnen. Wenn du Fragen hast oder weitere Informationen benötigst, schau gerne auf meinem Discord-Server vorbei. Du bist nicht alleine mit deinen Problemen. Gemeinsam können wir diese Probleme lösen. Mich würde nun noch Folgendes interessieren. Für wie lange bist du vorbereitet? Wirst du dich nun vorbereiten? Konnte dir dieses Video helfen? Oder habe ich etwas Wichtiges vergessen? Schreib das gerne mal unten in die Kommentare. Das würde mich und wahrscheinlich auch meine Community sehr interessieren. Die Krisenvorsorge hat auch mein Leben verändert. Auch ich war einmal an dem Punkt und wusste nicht so recht, wie ich starten sollte. Wie sich mein Leben durch das Prepper-Werten verändert hat, siehst du in diesem Video. Und da oben findest du meinen neuesten Upload. Jo, dann war's das mit diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Sei immer vorbereitet. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao! Ciao! Ciao!